Hallo Leute und willkommen hier bei meinem Kanal mit Erkoboom und meiner Sicht HD und meiner Sicht HD mit Erkoboom Ja genau Und heute machen wir jetzt Grim is Shake Was? Ja wir blenden hier nochmal die richtige Aussprache ein Grim is Shake Thank you Ich kann sie mir nicht so gut aussprechen, es ist auch kein richtiges Wort Ich glaube es ist sogar ein Name, es ist irgendwie von Meckes, irgendwie so ein Jubiläum-Dingsbum Ja Ja und das machen wir heute richtig nach, es geht als, das machen wir als Short bei Erkoboom Also guckt da unbedingt noch vorbei, das ist da als Kurzversion einfach Ja Hier seht ihr eigentlich, hier seht ihr einfach die einzelnen Schritte, wie wir das machen Das ist aber viel besser Ja hier werden auch die Zutaten so aufgelistet und mit Gramm-Zahlen Uns, ja Ja, aber beim anderen nicht Ja, da kriegen wir dann auch mehr Geld dafür Ja, ja, ja Du bist natürlich alles abbiegen und so Oh mein Achso, oh ne das Video Hallo Ist gut Also die Zutaten sind Milch Und dann noch hier Gurkenwasser, das ist sehr wichtiges Gurkenwasser Ihr könnt auch Wurstwasser nehmen, wir hatten gerade kein Wurstwasser da, aber ich empfehle immer Gurkenwasser Natürlich das wichtigste Zutat ist natürlich Gurkenwasser und dann die unmichtigste Beeren Zum Beispiel, also hier verwenden wir gefrorene Beeren Sonst kann man auch Vanilleeisfrücken verwenden und ungefrorene Beeren Ohne davon hier nur Erdbeeren und diese Heidelbeeren-Blauwerne und so Ja, blauwerne und so Also anstatt Milch könnt ihr auch Eiscreme nehmen, aber wir haben halt Milch, weil wir keinen Eiscreme haben Dann noch Vanillezucker, ihr könnt auch normalen Zucker nehmen, aber Vanillezucker ist halt besser, das ist Zucker mit Vanille, das ist halt geil Und dann haben wir noch die Haferflocken mit Apfelgeschmack Ihr müsst euch auch noch hier holen, ihr müsst einfach, naja, irgendwas nehmen, was sowas dickflüssig macht Wir haben einfach Haferflocken genommen und da hatten wir halt einfach nur noch mit Apfel und Zimt, okay Komische Mischung, aber los geht's, es wird gar nicht schmecken Eigentlich nicht Und dann noch die Dingdong, es brille ich auch und dann auch drauf Ey, willst du essen, oder was? Ja, guck Na, die reingekackt Wir brauchen noch so einen Durchfall dafür Okay Hier sind sie hygienisch, damit sie auch keinen Enkel erregende Stoffen haben Wie ihr sie, zum Beispiel, der Erf, wo er hier immer wieder am Kacken ist, hier ein Wild Oh 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 Also, jetzt ist es erstmal aufs Toll-Möder-Fall Toll-Möder-Fall Erdbeeren Erdbeeren Auch Hörner Warum ist da Wurstwasser? Oh Oh Heidelbeeren Ist das doch wirklich Heidelbeeren? Wie sieht das nochmal aus? Ja, diese kleinen Ewoks Nein, das ist Hä, ich dachte wirklich so Ja So wurde es gescannt, das sind doch niemals Heidelbeeren, diese blauen Sachen Doch Das ist doch niemals blau, diese Dinge So, wir füllen jetzt hier erstmal auf mit Milch Dann kommen jetzt noch die großen Ingredients rein Ich habe die Erf, wo ich die schon sortiert Ja Zeig mal kurz in der Hand Ich weiß nicht, ob ihr hier so legale Aktivitäten angebracht habt Stimmt Ich glaube das hat doch nicht irgendwelche Früchte Hast du die Leiche schon versteckt? Ja, hab ich schon Nein Nein So, ich packe erstmal die ersten Zutaten rein Ja 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 Eindermädel Alles Deswegen werden die jetzt erstmal eingeschallert Ja Ja Ja, das war so ein Fail, Digga Mann, das haben wir jetzt erst gemerkt Können uns die ganze Arbeit Wasch einfach alle rein Ja So, jetzt werden wir eigentlich schon die letzten und wichtigsten Zutaten hinzufügen Unsere Früchte sind jetzt damit auch schon vollendet Erstens kommen natürlich Zucker rein und Gurkenwasser Ja Wir mixen erstmal alles durch und dann gehen wir auf die Haft-Flocken hinzu und mixen nochmal Damit die perfekte Konsistenz haben Ja So, erstmal das Gurkenwasser nicht dran, oder? Ja Jetzt tun wir alles hier rein So, boah, das ist schon richtig viel Ja, okay, reicht eigentlich, reicht Warte Ich pack nicht zu viel rein Boah, Digga, das ist so viel Boah Reicht, Digga, reicht, Digga Schmeckt so wenig Boah, das ist so viel Und dazu nicht Dazu noch was kommt Oh, das wird so idler Digga Dann kommt da noch ein bisschen mehr Linsenker rein hier Mach einfach alles rein Digga, film doch Gib noch Foto Stop, stop, stop Stop, stop, stop Stop, 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 stop Okay, reicht So, jetzt mixen wir So, sieht schon so ein bisschen klar aus, so Ja, mach michs nicht So, yes Boah, Digga Digga, hast du eingefunden? Ja Ja Jetzt noch die Haferflocken und so Für, äh, die sind sehr gesunde Für Proteine, hä? Haben die, glaub ich nicht Ja Ja, ich glaub, haben die schon Boah, kommt da alles rein? Nee, lieber nicht, sonst schmeckt das nochmal durch Okay Und jetzt durch mich Na, mach doch noch ein bisschen von hier Hier sind die Haferflocken statt diesen Kohlra So, jetzt gibt's den perfekten Ultima-Taint-Test So Zumindest hier alles rein Okay, ist das so komisch Es ist pink Ich hätt's jetzt anders erwartet Ich dachte, das wär jetzt blau, aber Es ist pink einfach Einfach Aber nur pink Und das Tropf raus, so wie Durchfall Nee, das Tropf raus, so wie Durchfall Nee, das Tropfen wirklich genauso wie Durchfall Müsst ihr aufpassen, dass es So gut in den Worten, soll ich sagen Ja Es ist sogar ein bisschen weiß Es ist richtig cool Mit der Milch und so Das find ich sehr, sehr cool Dass es so einen raumartigen Effekt gibt Ja So ein 3D-Effekt Also ich sag, es wird Schon geht so schmecken Weil das mein Rezept war Aber guck mal, ist das ja schon so Ich weiß nicht, ob es wegen der Eisform so ist Also wie sich's verherrscht Es tropft halt so wie Durchfall Wir helfen da noch mal kurz nach ein bisschen Meines hat jetzt hier nicht so eine Pass auf Farbgestaltung Man muss das so langsam fließen lassen rein So langsam rein fließen lassen So sieht das so aus Das ist so crazy Aber let's test it Bam Bam Mach mal dein Zauber noch so näher Damit man die besseren Farben hat So Yeah Farben Also erstmal gerüstet Riecht so noch ein bisschen nach Spielmittel Das riecht wirklich ein bisschen Aber riecht irgendwie lecker als Spielmittel Ja man riecht aber diese Früchte raus Meinst du Weißt du Nein Okay Ich finde es vom Geschmack gut Muss ich sagen Aber es sind so Stückchen drin Mhhh Da hast du recht Ein paar Stückchen sind da drin Boah das finde ich nicht so lecker Aber Diese schwarzen Stückchen drin Boah die das schmeckt echt eigentlich sonst gut Mhm Das ist auch so richtig cremig Mhm Und das ist auch die Die Käse ist auch so perfekt Das ist perfekt Es ist wirklich richtig lecker Ist alles gut Erkobol? Musik 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 IND dance Musik 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 Audi